Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Neben dem Galaxy S10 Lite und dem Note 10 Lite, die ich euch ja schon in einem anderen Video gezeigt habe, hat Samsung uns auch seine neue A-Reihe gezeigt, nämlich das A51 und das Galaxy A71. Die beiden Geräte wurden ja eigentlich schon vor ein paar Wochen in Vietnam vorgestellt, allerdings halt noch nicht offiziell für Deutschland und deshalb durfte ich euch diese Aufnahmen auch noch nicht früher zeigen. Deswegen fragt mich nicht, wieso, ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht, aber jetzt können wir endlich drüber sprechen. Ich konnte mir wie gesagt auch das A51 und das A71 schon ein paar Minuten lang anschauen. In diesem Video hier möchte ich euch zeigen, was Samsung denn genau verändert und verbessert hat und wie denn so meine ersten Eindrücke sind. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen und würde sagen, los geht's! Auch hier möchte ich mich zu Beginn des Videos kurz für die Qualität, aber auch für die Quantität der Aufnahmen, die ich von den beiden Smartphones, also vom A51 und vom A71 habe, entschuldigen. Ich habe es ja schon in einem anderen Video gesagt, es lag einfach daran, es waren relativ wenige Geräte da, sehr viele Journalisten und wir hatten wirklich ziemlich wenig Zeit. Ich werde die beiden Geräte aber ziemlich sicher auch noch testen, dann seht ihr noch deutlich mehr detailliertere Aufnahmen, aber ich glaube, ihr bekommt auch so trotzdem einen ganz guten Eindruck von Samsungs neuer A-Reihe, also zumindest den ersten beiden Geräten. Vielleicht so ganz kurz zur Einordnung, es sollen beide Geräte noch im Januar in Deutschland auf den Markt kommen. Man hat uns keinen konkreten Preis gesagt, aber sie meinten, die Preise werden sich an denen der Vorgänger orientieren. Deswegen, da war es so, dass das A50 glaube ich mit 350 Euro gestartet ist, das A70 dann mit 400 Euro. Ich hoffe, dass es dieses Jahr wieder exakt genauso sein wird. Würde mich nicht wundern, wenn Samsung ein paar Euro mehr verlangt, aber dazu dann, wie gesagt, gleich noch mehr spreche ich am Ende auch nochmal drüber. Optisch hat sich wirklich nicht viel getan, am ehesten noch auf der Vorderseite und da beim A51. Das hat jetzt nämlich ein 6,5 Zoll großes Super AMOLED Display, löst wieder mit Full HD Plus auf und hat jetzt einen Punchhole. Beim A71 haben wir dann wieder 6,7 Zoll, auch Super AMOLED, auch Full HD Plus, auch mit einem Punchhole. Beide haben wirklich extrem dünne Displayränder, wenn man eben bedenkt, dass das Mittelklasse ist. Ich finde, dieses Punchhole steht den beiden auch ziemlich gut. Also so einfach von der Vorderseite haben mir die beiden Smartphones wirklich ziemlich gut gefallen und auch die Displays haben echt einen soliden ersten Eindruck gemacht. Eher sogar ziemlich gut, wenn man eben bedenkt, dass es Mittelklasse ist. Die Rückseite besteht leider wieder aus Kunststoff in Hochglanzoptik. Samsung hat so ein bisschen was, ich sag mal, sie haben irgendwie versucht, dem Ganzen so einen hochwertigeren Look zu geben, aber so richtig gelungen ist das meiner Meinung nach nicht. Also in der Hand fühlen sich die beiden immer noch nicht besonders hochwertig an. Jetzt auch nicht irgendwie billig, aber ihr kennt ja meine Meinung zu dem Thema. Meiner Meinung nach müsste es halt wirklich nicht diese Hochglanzoptik sein, aber darüber kann man sich streiten. Zwei Farben werden sicher zu uns nach Deutschland kommen, schwarz und weiß, wer hätte das gedacht. Ich gehe aber auch stark davon aus, dass noch einige der anderen Farben, die vorgestellt wurden, zu uns nach Deutschland kommen werden. Aber dazu gibt es eben noch keine Infos. Ansonsten gibt es auch Upgrades bei den Kameras. Also da haben sie auch ziemlich lang drüber geredet, da wollen sie einiges gemacht haben. Wir haben nun in beiden Fällen auf der Rückseite eine Quad-Kamera, also vier Sensoren. Einmal die Hauptkamera, Weitwinkel- und Tiefenschärfe-Kamera. Neu dazugekommen ist jetzt auch in beiden Fällen noch eine Makro-Kamera. Ihr habt beim Galaxy A51 eine 48-Megapixel-Hauptkamera mit einer Blende von f2.0. Beim A71 sind es sogar 64-Megapixel mit einer Blende von f1.8. Ich hoffe wirklich, dass sich da einiges getan hat, weil wenn man bei der alten A-Reihe eine Sache stand, jetzt kritisieren könnte, ist es halt die Kameraqualität, weil da sind die Konkurrenten auch in der Preisklasse mittlerweile doch schon besser. Ansonsten haben wir bei beiden noch eine 32-Megapixel-Frontkamera eben in diesem kleinen Punchhole drin. Also wie gesagt, auf die Kameras darf man gespannt sein. Es gibt natürlich auch wieder neue Prozessoren. Da haben wir beim A51 den Exynos 9611 Octa-Core mit 4, 6 oder 8 GB RAM. Ich gehe davon aus, dass es 6 GB RAM sein werden, aber es gibt halt viele verschiedene Versionen und es war noch nicht so ganz klar, welche davon nach Deutschland kommt. Beim A71 hingegen haben wir den deutlich interessanteren Prozessor. Das ist der Qualcomm Snapdragon 730. Da werden es 6 oder 8 GB RAM sein. Ich gehe wieder ehrlich gesagt von 6 GB RAM aus. Das gleiche Spiel setzt sich dann auch beim Speicher fort. Also beim A71 werden es wohl ziemlich sicher die 128 GB sein. Das A51 gibt es mit 64 oder 128 GB. Ich gehe stark davon aus, dass die 128 GB Version zu uns kommt, aber das konnten sie halt auch noch nicht sicher sagen. Der Speicher kann auf jeden Fall in beiden Fällen wieder erweitert werden. Beim Prozessor hätte ich mir ehrlich gesagt beim A51 etwas mehr erhofft. Beim A71 hingegen finde ich das Ganze okay. Müssen wir mal schauen, wie das dann am Ende denn so aussehen wird. War ja auch letztes Jahr so, dass das A70 den etwas stärkeren Prozessor hatte. Was gibt es sonst noch zu erzählen? Beide haben wieder einen In-Display-Fingerabdrucksensor. Ich glaube, das dürfte die wenigsten überraschen. Beide kommen mit Android 10. Natürlich auch wieder mit Samsungs One UI. Und beim Akku hat sich auf dem Papier exakt gar nichts getan. Wir haben 4000 mAh beim A51. Wir haben 4500 mAh beim A71. 15 Watt Fast Charging beim A51. 25 Watt Fast Charging beim A71. Kein Wireless Charging in beiden Fällen. Natürlich auch keine IP-Zertifizierung. Ja, und recht viel mehr gibt es eigentlich nicht zu erzählen. Kurz mein erster Eindruck ist, glaube ich, auch schon so ein bisschen durchgekommen. Ich finde, das ist eigentlich eine grundsolide Weiterentwicklung. Es wird halt jetzt wirklich alles vom Preis und auch von der Kamera abhängen. Wenn die Preise so sind wie letztes Jahr, was ich wirklich hoffe und dann auch ähnlich schnell fallen wie letztes Jahr und sie gleichzeitig die Kamera verbessert haben, glaube ich, könnte das durchaus wieder was werden. Ich finde es halt etwas schade, dass sie wirklich wieder auf diesen Hochglanz-Kunststoff gesetzt haben. Nicht auf Aluminium oder vielleicht zumindest einen Macken-Kunststoff, der so leicht gummiert wäre oder so. Das hätte mir jetzt deutlich besser gefallen. Aber ansonsten, so vom ersten Eindruck her, grundsolide Geräte. Ich muss mir halt jetzt dann bald die Kamera genauer anschauen und ich bin, wie gesagt, wirklich auf die Preise gespannt. Ja, die beiden Geräte sollen, wie gesagt, noch im Januar auf den Markt kommen. Ich versuche sie so schnell wie möglich für euch zu testen. Lasst mich gerne unten in den Kommentaren wissen, was ihr von den beiden neuen Geräten der A-Reihe haltet. Ich gehe stark davon aus, dass da in nächster Zeit noch viel mehr kommen wird, also in der A-Reihe. Aber der Startschuss oder den Startschuss für 2019 markieren halt jetzt eben die beiden. Ich bin gespannt, was ihr von den Geräten haltet. Lasst mich das gerne unten in den Kommentaren wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Habe ich jetzt schon. Oh Mann, guter Start ins neue Jahr. Macht's gut. Ciao.